Peppis Snackspeck schmeckt so weizenleicht, der duftet und der schmeckt so kross nach Herz auf dem Speck. Peppis, das ist Snackspeck, den snack ich einfach weg, der duftet und der schmeckt so richtig kross nach Speck. Peppis, ja das ist mein Snackspeck, der duftet und der schmeckt so richtig kross nach Speck. Peppis! Peppis, ja das ist mein Snackspeck, den snack man einfach weg, rein an den Speck. Peppis! Untertitelung des ZDF, 2020